Hi, mein Name ist Arno und im nächsten Film geht es um die Disco-Muskeln, nämlich um den Kollegen hier. Wer kennt das nicht? Der nächste Disco-Abend steht bevor und besonders zu diesem Anlass möchte man ja besonders gut aussehen. Und speziell Männer möchten ihren Bizeps oder ihre Oberarme besonders in Szene setzen. Wenn du die richtigen Übungen machen möchtest, zeige ich dir jetzt, wie du dein Bizeps so richtig in Farb bringst. Und es kommt auch auf die Auswahl der Übungen an, weil die Luft kann auch schnell wieder raus sein. Denn wenn du nur ein paar Wiederholungen machst, bevor du an der Disco ankommst, ist der Bizeps letztendlich schon wieder im Normalzustand. Ich zeige dir jetzt, wie du mit kleinen Hilfsmitteln den Bizeps so richtig in Farb bekommst. Erste Übung, der Klassiker, die Handeln. Da sollst du je nach Gewichtsstufe gucken, dass du einen guten Grip hast, dass die Handeln, das sind jetzt hier 5 Kilo, schon mal ein gutes Gewicht haben. Leicht gebeugte Knie, Ellenbogen bleiben beim Körper und dann geht es in den ersten Pump für den Bizeps. Ja, du hast hier die klassischen Curls, wo die Arme, die Handgelenke in der neutralen Position bleiben. Um den Bizeps aber in allen Ebenen zu erreichen, kannst du jetzt auch mal variantenreich von hier aus einmal die Arme so lassen. Und das sind die klassischen Hammer Curls. Das trainiert gleichzeitig die Unterarme noch ein bisschen mit. Das siehst du jetzt hier, dass die ein bisschen deutlicher angesteuert werden. Ja, also Hammer Curls. Mindestens 20 Stück. 20 Stück von den klassischen Bizeps Curls. Dann haben wir schon mal 40. Und dann ist immer noch nicht Ende. Also du musst schon ein bisschen Zeit vor dem Disco-Besuch einplanen. Nächste Übung ist das Arts Vitality plus Widerstandsband. Das hat jetzt einen anderen Charakter, weil wir vom Winkel her, anders wie mit den Handeln, mit einem Widerstandsband arbeiten. Du stellst dich beidseitig drauf, wickelst dann, je nach Intensität, ein bis zwei Mal. Gehst nach oben und der Widerstand wächst jetzt mit der Länge des Bandes. Du hast eine dauerhafte Spannung. Genau. Und was du jetzt machen kannst, ist auch mal einfach den Winkel zu verändern. Ja, leicht nach außen. Oder einfach mal Augen zu, sich schon mal den Disco-Arben vorstellen, den Bizeps angespannt lassen. Und einfach mal nach innen und außen führen. Ja, maximaler Blutfuß hier für den Bizeps. Der ist jetzt ordentlich angespannt. Das ist jetzt eine isometrische Übung, eine Halteübung. Kannst du gerne auch mal pulsieren. Und auch von der ersten Variante so 20 Wiederholungen und dann nochmal 20 pulsierende hinterher. Ich würde dir jetzt noch eine Variante empfehlen. Ich sag dir auch warum. Und zwar von hier aus einmal lösen. Das nächste Trainingsgerät ist einer meiner Favoriten. Und zwar der Gymstick. Vielseitig einsetzbar. Optimal aber auch für den Bizeps. Du kannst den Stab einfach hier einmal in die Hüfte klemmen. Du hast zwei Fußschlaufen, wo du sicher drin stehen kannst. Und das Gute an dem Trainingsgerät ist, du kannst durch Wickeln deinen Widerstand bestimmen. Also wenn du maximale Power für den Bizeps haben willst, schön aufrollen. In den Untergriff gehen. Ellenbogen bleiben wieder am Körper. Und jetzt geht es hier wieder in den Pumpeffekt für den Bizeps. Ja, von hier aus schön anspannen. Auch hier sind natürlich kleine Bewegungen möglich. Oder was das Interessante am Gymstick ist, versuch das Ganze mal auf einem Bein stehen zu machen. So hast du noch eine andere Ansteuerung. Du musst vom Bauch noch ein bisschen mehr mitarbeiten. Und der eine Arm muss ein bisschen mehr arbeiten als der andere. So hast du jetzt verschiedene Trainingsreize, die du mit den Hanteln, mit dem Band oder mit dem Gymstick machen kannst. Und wenn es mal nicht in die Disco geht und du vielleicht am Beach gut aussehen willst, kannst du mit dem Gymstick ein optimales Trainingsgerät haben, was du leicht im Koffer verstauen kannst. Weil ich nehme den immer mit. Die Hanteln werden ein bisschen schwer. Alle weiteren Informationen zu den Produkten, das heißt zu deinem Party-Equipment, findest du bei uns im Store. Einfach auf den Link klicken. Und dann stehst du wahrscheinlich beim nächsten Disco-Besuch im Rampenlicht mit deinem Bizeps.